Hi, ich bin Philipp, das ist Ligi Fernunterricht und ich möchte in diesem Video diese Grafik kurz kommentieren, die ich mit Adriane Langelaus zusammen erstellt habe. Das ist ein Projekt, wir haben uns über Monate über die Frage unterhalten, wie ein zeitgemässer, sinnvoller, didaktisch reflektierter Einsatz von Videokonferenzen im Fernunterricht, aber auch im Nicht-Fernunterricht, wie der aussehen könnte und daraus ist jetzt diese Grafik entstanden. Sie ist auch abgebildet in unserem Buch, es heisst Hybrides Lernen, ist bei Bels erschienen und da sieht man die Grafik, die ist hier leider nur schwarz-weiss abgebildet auf der Seite 106 und das ist eine aktuelle Version, eine farbige Version dieser Grafik. Wir sind über weitere Versionen dieser Grafik im Gespräch, wir entwickeln sie auch immer weiter. Das ist die Version, die ich jetzt mal kurz kommentieren möchte. Sie sieht vielleicht auch nicht mehr ganz genauso aus, wie die, die ihr schon mal im Netz habt herumschwirren sehen. Das sollte keine Verwirrung stiften. Ich erkläre dann auch gerne, worüber wir uns Gedanken machen. Zunächst ist die Grafik so aufgebaut, dass es vier Quadranten gibt und die werden aufgespannt durch zwei Dimensionen von Unterricht. Die eine Dimension, die sich auf der vertikalen Ebene befindet, ist zwischen Kontrolle und Struktur und zwischen Vertrauen und Freiheit. Das heisst, das sind zwei Pole, denen entlang sich Unterricht entwickeln kann. Man kann vielleicht ganz kurz sagen, eine Lernkultur, in der Vertrauen vorherrscht, da braucht es nicht besonders viel Kontrolle und eine sehr, sehr strukturierte und kontrollierte Lernumgebung, die wir nicht Freiheitserfahrungen oder Vertrauenskultur herstellen können. Diese Dimensionen sind noch untertitelt. Kontrolle ist stark mit Wissensvermittlung verbunden und aber auch mit Leistungsbewertung, dass sich ja ständig kontrollieren muss, ob die Ergebnisse des Lernens den Erwartungen entsprechen, während eine vertrauens- und freiheitsorientierte Lernkultur es stärker auch möglich ist, durch Kollaboration zu lernen, wo es auch wichtig ist, sich als Lerngruppe zu vernetzen. Und wenn ich diese Ausführung mache, dann sieht man auch, wo man hinkommen sollte aus der Sicht von Adriane und mir und das ist möglichst weit unten und möglichst weit links, nämlich bei einem asynchronen Lernen. Das Problem des synchronen Lernens, das ist schon ausreichend auch diskutiert worden, das ist eine Art Gleichmacherei, die Schülerinnen und Schüler, die schneller sind, die andere Interessen haben, die vielleicht auch solche, die langsamer sind, die etwas noch einmal genauer sich anschauen möchten. Und diese Synchronicität führt dazu, dass eigentlich niemand wirklich seine Bedürfnisse befriedigen kann im Unterricht, dass man immer an den Schülerinnen und Schülern vorbei unterrichtet, weil für sie jetzt der Moment nicht gekommen ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wo der Unterricht jetzt steht. Und nur ganz, ganz wenige werden genau das Lerntempo haben, das beim Unterricht vorgegeben wird. Während asynchroner Unterricht sagt, lern in deinem eigenen Tempo, beschäftige dich dann mit den Aufgaben, die für dich passen und das ist viel, viel nachhaltiger. Deshalb, wenn man sich jetzt daran orientiert, dass wir sagen, möglichst links und möglichst weit unten sollte man sich bewegen, in dieser Grafik sieht man auch, dass unser Wunschbild eine gelebte Wir-Kultur ist. Wir möchten, dass Lerngruppen gemeinsam arbeiten, dass sie forschen, dass sie interaktiv sich mit Themen beschäftigen, dass der Unterricht ergebnisoffen ist, dass man noch nicht genau weiss, wo man hinkommt, weil man gemeinsam Probleme und Fragestellungen und Herausforderungen bearbeitet. Jetzt gibt es drei weitere Möglichkeiten, die alle mit Problemen verbunden sind. Zunächst gehe ich auf den ersten Quadranten ein, oben rechts. Und das ist nämlich so der Default-Fall, wenn man sagt, Präsenzunterricht geht jetzt bei uns nicht. Was machen wir? Ah ja, wir machen jetzt einfach Videokonferenzen. Jede Schulstunde führt zu einer Videokonferenz, die dann auch 45 Minuten oder wie lange auch immer dauert. Das ist ein ganz grosses Problem. Das wird nicht funktionieren. Das führt dazu, dass Schülerinnen und Schüler den Unterricht stören. Das führt dazu, dass Lehrende einen riesigen Vorbereitungsaufwand haben und dass niemand eigentlich mit dem zufrieden ist, was passiert. Dahinter steckt die Vorstellung, dass Schülerinnen und Schüler nur dann lernen können, wenn sie überwacht werden. Also das Präsenzunterricht dazu da ist, dass ich als Lehrender den Schülerinnen und Schülern dabei zuschaue und sie überwache, wenn sie lernen, dass ich ihr Lernen anleiten, lenken muss. Und das führt dazu, dass diese Videokonferenzen dann auch so gestaltet sind, dass damit kaum produktiv gelernt werden kann, weil das sehr kontrollierend und sehr synchron ist. Wenn wir von da in den zweiten Quadranten nach links springen, dann ist es immer noch sehr kontrollierend, aber nicht unbedingt synchron. Das würde dann heissen, in Videokonferenzen gibt man die Gelegenheit, Aufgaben zu besprechen, die vorher abgegeben worden sind. Das würde heissen, wenn ich mehr Stunden pro Woche habe mit einem Kurs, dann können in den ersten Stunden Aufgaben gelöst werden und dann biete ich eine Videokonferenz an und dabei besprechen wir die Ergebnisse und schauen, warum oder wie jetzt Schülerinnen und Schüler auf diese Ergebnisse gekommen sind. Das ist schon mal viel, viel besser als die totale Überwachung, weil es nämlich gewisse Zeiträume gibt, in denen Schülerinnen und Schüler selbst selbstorientiert, selbstverantwortet auch lernen können, aber führt immer noch dazu, dass die Ergebnisse geschlossen sind und nicht plötzlich etwas ganz Neues, eine Blüte sich entfalten kann in diesem Unterricht, sondern es ist immer noch die Lösung eines Arbeitsplatzes, das eigentlich da ist. Wir sagen im Scheinbeteiligung, weil es manchmal so wirkt, als sei eine Beteiligung möglich, aber es ist nur möglich im Rahmen dieser sehr geschlossenen Aufgaben. Und zuletzt noch ein unvorbereitetes Chaos, das heisst, es ist synchron, aber Vertrauen und Freiheit sind da, das heisst, wir treffen uns jetzt einfach mal in dieser Videokonferenz und dann wird schon irgendwas passieren. Also da fehlt es dann ganz deutlich an Struktur. Während bei einer gelebten Wir-Kultur die soziale Verbindung eigentlich eine Ersatzstruktur schafft, nämlich dadurch, dass ich eine Lerngruppe bin, die bestimmte Erwartungen und Bedürfnisse hat, die sie auch äussern können, die transparent sind, fällt das beim unvorbereiteten Chaos weg. Es ist eigentlich gar nicht ganz klar, was die Erwartungen und was die Ziele sind. Es fehlt so etwas wie der Sinn dieses Unterfangens führt dazu, dass es zu einem Chaos wird. Jetzt sind das sehr prototypische Quadranten, das heisst, ein konkreter Einsatz einer Videokonferenz im Unterricht, der ist vielleicht ein Kreis oder ein Oval oder so, der sich über mehrere Quadranten erstreckt. Vielleicht mache ich zu Beginn tatsächlich zehn Minuten lang geschlossene Ergebnisse, dann bin ich bei Scheinbeteiligung, dann mache ich vielleicht einen sehr gelenkten Input-Vortrag, das ist totale Überwachung oder sowas. Und dann gibt es vielleicht sogar Teile, wo wir sagen, ja, jetzt machen wir noch unser Projekt, das ist dann gelebte Wir-Kultur. Also es geht nicht darum, Schubladen zu eröffnen und Videokonferenzen da irgendwie drin zu versorgen, sondern zu zeigen, viele Videokonferenz-Formate, die eingesetzt werden, haben verschiedene Anteile. Und man sollte bemüht sein, vielleicht die Formate, die jetzt 1, 2 und 4 sind, so zu überdenken oder zu reflektieren, dass man dorthin kommt, wo es eine gelebte Wir-Kultur gibt. Und zum Schluss vielleicht noch dieser Gedanke, den Adriane sehr stark macht und der mir auch sehr wichtig ist, der überzeugt mich. Adriane sagt, wenn man Jugendlichen zuschaut, welche Videokonferenz-Formate sie wählen, wenn sie von sich aus für sich lernen, wenn sie Hobbys haben, dann ist es so, dass sie oft parallel nebeneinander hier arbeiten und über eine Videokonferenz verbunden sind. Also sie bearbeiten Aufgaben, sie schreiben Texte, sie planen etwas und sie können aber miteinander Rücksprache nehmen und sie können da dann plötzlich auch in einen Modus wechseln, wie so, ich zeige dir mal, wie ich es gemacht habe oder ich erkläre dir mal, wie das geht. Aber erst dann, wenn für beide das einen Sinn ergibt, nicht einfach per Default, sondern im richtigen Moment. Kairos heisst das auf Griechisch, ist ein sehr schönes Wort, dass der Moment dafür gekommen ist. Und Videokonferenzen müssten Lernenden und Beteiligten die Möglichkeit geben, dass sie dann im richtigen Moment in der richtigen Videokonferenz sind und dass sie nicht in der Videokonferenz sind, weil sie da drin sein müssen. Und diese quasi natürliche Videokonferenz, die Jugendliche gern mögen, die sie auch freiwillig eigentlich erzeugen, das wäre dann das Modell für den Unterricht, wo man sagt, das ist so, setzen wir Videokonferenzen ein, dass man im richtigen Moment zusammen etwas besprechen kann, dass es auch Erklärungen oder Vorträge oder sowas geben kann, aber für die ganze Lerngruppe passend. Und das bedeutet dann, dass man sehr selten vielleicht in Plenumsveranstaltungen ist, sondern dass man sagt, ihr habt doch diese Mathematikaufgaben und da gibt es einige, die haben immer wieder dieselben Probleme. Ich biete euch an, heute Nachmittag um drei, können wir mal darüber sprechen. Oder jemand hat ein tolles Lernprodukt gemacht in der Klasse, morgen Nachmittag um zwei, würden die das kurz vorstellen in einer Videokonferenz, wie sie das gemacht haben. Und dann kann man ihnen auch Fragen stellen. Und dann ist wie klar, es ist nicht immer die Lehrkraft, die da vorne steht und irgendwas orchestriert und mit Dramaturgie macht. Das ist auch sehr, sehr anstrengend. Also diese total überwachten Videokonferenzen, die so mit Minuten genauer Plandidaktik erstellt worden sind, das führt so zum Burnout, das habe ich schon mehrmals erwähnt. Das ist nichts Angenehmes oder Leichtes. Also es ist nicht so, dass Lehrkräfte, die das machen, irgendwie aufwandscheuen würden, im Gegenteil. Aber es fehlt so am Sinnerlebnis, weshalb machen wir das? Wir machen das einfach, weil der Stundenplan das vorgibt. Und bei einer gelebten Wirkultur wäre allen klar, warum sind wir jetzt gerade in der Videokonferenz? Das wäre gar keine Frage. Es ist allen völlig klar, was das Ziel ist. Es ist dann auch klar, wann sie beginnt, wann sie aufhört. Weil wenn man das nämlich gemacht hat, was man machen müsste, dann ist die Videokonferenz auch fertig. Und man muss nicht irgendeine Zeitspanne absitzen, die es so ergibt. Ich hoffe, die Grafik ist so verständlich geworden. Ich verlinke noch zwei, drei Dinge unten. Also ich verlinke sicher den Text aus dem Buch. Wenn ihr das gerne anschauen möchtet, dann findet ihr das im Buch. Leider kann man das nicht kostenlos lesen. Und ich verlinke eine Seite, wo man auch so sieht, wie Adriane und ich auf diese Grafik gekommen sind. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.